Herzlich willkommen zum Abonnentenbesuch, Folge Nummer 18. Ja, und wenn auch du hier dabei sein möchtest, dein Dorf von mir bewertet haben möchtest, dann bewirb dich doch bitte und wie das funktioniert, das siehst du in Folge Nummer 1. Ja, der Link zu der Folge ist unten in der Beschreibung und ich bitte dich darum, bitte bewerbe dich genau so, wie es dort beschrieben wird, damit du auch mit in das Losverfahren mit reinkommst. Ja, und ansonsten fangen wir doch auch einfach direkt an. Wir sind hier zu Besuch bei Onkel PSG, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit PSG Paris gleichzusetzen ist. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, ein schöner Verein, das hat sich fast sogar gereimt. Was soll man dazu sagen? Town Hall Level 10, für meinen Geschmack eine Town Hall 9 wäre in diesem Fall echt cooler. Ansonsten gute Mauern, natürlich nicht übertrieben gut, aber ich denke, die sind schon hart genug hochzufarmen, wie ich gerade selber merke. Volle Goldlager, was soll man dazu sagen? Zum Lagerdesign brauche ich gar nichts sagen, weil das ein sehr bekanntes Lagerdesign ist, was von vielen High-Level-Spielern benutzt wird. Und dann denke ich mal, wird es auch seinen Grund haben, warum so viele Spieler es benutzen. Ich persönlich kann natürlich keine einfach eigenen Erfahrungen preisgeben. Ansonsten, du hast den Barbarenkönig nur viel, aber ich denke, du kümmerst dich gerade um deine Königin, da du dir ja gerade am fleißigen Upgraden bist, wenn ich mich recht erinnere, Stufe 8. Das sehen wir aber gleich auch nochmal, das zeige ich dann gleich nochmal. Ansonsten, ja, Goldlager wunderbar voll. Ich würde mir überlegen, wieso, weshalb, warum du schon auf Rathausstufe 10 bist. Das weiß ich nicht genau, weil natürlich hast du jetzt den Inferno Tower, beziehungsweise baust du gerade die zwei Inferno Tower. Aber nichtsdestotrotz hätte ich vielleicht wenigstens gewartet, bis du die Wizards und die Magiertürme alle auf maximalem Level hast, bevor du auf Rathausstufe 10 gegangen bist, gegangen worden, was auch immer. Du hast mich schon verstanden. Da hätte ich früher drüber nachgedacht. Ansonsten wird es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, aber scheinbar holst du noch genug Gold. Deswegen denke ich mal, holst du das alles auf. Ja, wie gesagt, Fokus auf Magiertürme und Minenwerfer würde ich auf jeden Fall legen. So, jetzt sind wir zu Besuch bei Yanni Boy 80, Level 55 und Rathausstufe 9. Mal ganz im Ernst, im Prinzip brauche ich jetzt hierzu eigentlich gar nichts sagen. Ihr seht es ja an meiner Reaktion, wo ich das hier abgefilmt habe. Ich drücke eigentlich die ganze Zeit nur fröhlich auf dem Rathaus herum. Ja, warum bin ich nur so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich bin ich nicht. Ja, ich meine, Magiertürme für den Arsch. Was soll man dazu sagen? Mörsertower, Minenwerfer, jetzt werde ich wieder angeschissen, warum ich Mörsertower sage. Minenwerfer für den Arsch. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß übrigens gar nicht, jetzt können wir kurz mal drüber reden. Ich weiß gar nicht, warum ich Mörsertower sage. Kommt das von Warcraft? Ich glaube, Warcraft 3, gab es da Mörsertower? Irgendwie sowas? Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, fang neu an. Rathaus 9, Magiertürme Stufe 1. Was da los, da los, da los, würde jemand sagen, den wir alle kennen. So. Zu Besuch bei Chiller hoch 3, Level 71, Rathausstufe 8. Ein schönes symmetrisches Lagerdesign. Ihr wisst, ich stehe da drauf. Für meinen Geschmack ein wenig zu sehr in die Länge gezogen. Deswegen sind diese Mörsertower, ja, ich sag's wieder, Mörsertower, mir ein bisschen zu eng gestellt von der Aufstellung her. Luftabwehr steht klasse. Das gefällt mir super. Ansonsten ist das alles wirklich wunderbar symmetrisch aufgebaut und schön verteilt. Ich würde mir überlegen, eventuell die Elixierlager nicht ganz so weit rein zu schützen. Mal ganz im Ernst, brauchst du eh nicht. Weil, wie du bei mir oben erkennen kannst, Elixier immer zu viel. Und bei dir sieht es mir auch sehr danach aus, da dein Labor leuchtet und deine zwei Elixierlager auf 11 auch beide voll sind. Oder fast voll zumindest. Und mal ganz im Ernst, ja, brauchst du nicht. Das Einzige, was mich wundert, warum hast du schon dein dunkles Elixierlager auf Stufe 3? Brauchst du eigentlich noch nicht? Dein Barbarenkönig ist gerade auf Stufe 2. Da brauchst du noch kein Dreierlager. Und außerdem sind deine Minions auch noch auf Stufe 1. Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, war, hättest du dir vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen können. Kann natürlich sein, dass du eine andere dunkle Einheit schon abgegradet hast. Dann fühle ich mich in diesem Moment gesteinigt. Ja, das war's zu dem Lager und deswegen geht es auch schon wieder schwuppdiwupp weiter. Und jetzt sind wir zu Besuch bei Yabbadabadababan, nee, Yabbadaban, Yadababan, ich kann es nicht aussprechen. Yadababan 13, ihr könnt es ja lesen. Level 45, Rathauss Stufe 7. Und ein wirklich schickes Lagerdesign. Kenne ich so noch nicht. Jetzt kriege ich wieder die klassischen Kommentare. Hey, das hat der aus Clashtactics, das kenne ich auch, ja, das habe ich erfunden. Ja, mir egal, ich finde es trotzdem gut. Wirklich ein gutes Lagerdesign. Zum Ausleveln kann ich jetzt gerade nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, wie lange du auf Townhold, ja scheiß Facebook-Seite, wie lange du auf Rathaus 7 bist. Aber ich finde es klasse, Rathaus 7 hast schon einen Barbarenkönig auf 1. Ich hatte meinen Barbarenkönig erst ganz am Ende mit Rathaus 7 oder gerade Anfang Rathaus 8. Also von daher, das ist schon mal gut. Die Aufteilung, ich kann dazu nichts sagen. Ich finde die Aufteilung klasse. Ich finde das echt gut mit der Luftabwehr, finde ich gut gelöst, dass das Rathaus 3 steht. Kann man sich überlegen, wenn du es schon nur so wenig schützt, würde ich mir überlegen, es eventuell gar nicht zu schützen und dafür was anderes reinzustellen. Aber ansonsten wirklich, also ich mag das Lagerdesign, gefällt mir gut, ist eine gute Lösung für Rathaus Stufe 7. Und ich denke, damit fährt man ganz gut gegen Luftangriffe, gegen Flächenschäden, hast du auch gut abgedeckt. Würde ich halt schauen, dass du die verteidigen, gut weiter abst und die Mienen und Sammler sind ein bisschen zu früh. Es ist früh, ein bisschen zu früh, viel zu früh, hätte es ja nicht machen müssen. Egal, trotzdem gutes Lager, weiter geht's. Klorreiter, Level 29, da habe ich geschmunstert, als ich den Namen gelesen habe. Ja, der liebe Klorreiter ist Rathaus Stufe 6, wurde gerade zerstört, stört uns jetzt aber nicht so sehr. Das Lagerdesign finde ich tatsächlich, ich komme aus dem Loben gar nicht mehr raus. Das Lagerdesign finde ich für dein Level wirklich gut. Also ich meine, man hat ja noch nicht so viele Mauern. Und ich hatte da ein anderes damals, aber das ist wirklich auch keine schlechte Lösung. Ich würde nur eventuell schauen, obwohl, nee, da kommen die Mauerbrecher nicht hin. Vergiss, was ich gerade überlegt habe. Du hast ja eh nicht mitbekommen. Und ansonsten, ja, finde ich irgendwie echt geil. Also finde ich eine gute Lösung. Du hast auch echt viel Gold am Start, dafür, dass du gerade mal Level 29 bist. Ich denke mal, du bist gut am Farmen, sehe ich auch an deiner schönen Kobold-Mauerbrecher- und Bogenschützenarmee. Da gibt es ein kleines Däumchen nach oben, da würde man dich loben. Ja, nö, finde ich gut. Mach weiter so, wurdest du ja auch nicht mal richtig zerstört. Deine Goldlager steht auch noch, also von daher läuft das ja alles. Immer schön weiter die Verteidigung upgraden und dann erst mit dem Rathaus nachziehen. Ja, und ansonsten war es das auch schon an dieser Stelle. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht reingekommen seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.